Die Teilnahme von Prinz Harry an der angesehenen Diana-Preisverleihung in New York City hat erhebliche Kritik und Kontroversen ausgelöst. Der Herzog von Sussex, von dem erwartet wurde, dass er eine aufmunternde Botschaft zu Ehren der Young Award Gewinne überbringen würde, geriet stattdessen in einen öffentlichen Zusammenbruch, der das Publikum sowohl schockiert als auch gespalten zurückließ. Der 1999 ins Leben gerufene Diana erwotwürdigt junge Menschen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, und hat für Harry eine besondere Bedeutung, da er an das Erbe seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Denner, erinnert. Doch was als feierliche Veranstaltung gedacht war, geriet schnell ins Chaos. Als Harry die Bühne betrat, wirkte er sichtlich nervös und ängstlich, als er sich dem Podium näherte, und zeigte verschiedene ängstliche Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Zehen an seinem Bläser, das Knacken der Knöchel und das häufige Zurechtrücken seiner Krawatte, Anzeichen seines Unbehagens und Unbehagens. Als er seine Rede begann, veränderte sich die Atmosphäre im Raum dramatisch. Anstatt die erwarteten aufmunternden und lobenden Worte für die Preisträger zu überbringen, war Harrys Vortrag von emotionaler Beweglichkeit geprägt. Er schien die ganze Zeit über den Tränen nahe zu sein, und ein Teilnehmer bemerkte, dass es ihm so vorkam, als ob er Schwierigkeiten hätte, seine Gefühle zu unterdrücken, was zu einer angespannten Atmosphäre führte. Leider rief Harrys offensichtliche Verletzlichkeit nicht die mitfühlende Reaktion hervor, die man erwarten würde. Stattdessen begann die Menge, zu der auch viele junge Unterstützer des Diana Evod gehörten, ihn auszubuhren und zu belästigen. Im Publikum herrschte deutliche Enttäuschung und sogar Wut, wobei ein Zeuge anmerkte, dass sie sich enttäuscht fühlten, weil Harry es versäumt hatte, die inspirierende Botschaft zu überbringen, auf die sie gehofft hatten. Die Gegenreaktion schien Harrys emotionalen Kummer nur noch zu verstärken. Er stolperte über seine Worte und wirkte zunehmend erschüttert, als er versuchte, mit seiner Rede fortzufahren, die er schließlich abbrach, weil er nicht in der Lage war, die richtigen Worte zu finden. Ein Teilnehmer beschrieb den Moment als wirklich herzzerreißend mitzuerleben. Die Folgen von Harrys emotionalem Zusammenbruch waren schnell und schwerwiegend, und viele Kritiker stellten seine Fähigkeit in Frage, mit dem Druck eines solchen Ereignisses umzugehen. Während Harry oft offen über seine Verletzlichkeit sprach, wurde diese Zerschaustellung emotionaler Zerbrechlichkeit von einigen als inakzeptabel angesehen. Ein königlicher Kommentator bemerkte, dass von Harry als Mitglied der königlichen Familie erwartet wird, dass er ein gewisses Maß an Gelassenheit bewahrt, und dass diese rohe emotionale Zerschaustellung von vielen als Verrat an dieser Erwartung angesehen wurde.